die wissenschaft ist verblüfft ein video auf konsolen falke ja tatsächlich ich wollte mich einfach mal melden all den monaten wieder mal und ich habe einen anlass noch ist der vierte dritte ich weiß es ist spät aber noch zählt ist und der vierte dritte ist insofern ein ganz besonderer tag weil im land der aufgehenden sonne vor 20 jahren vor genau 20 jahren etwas geschehen ist was uns alle sehr beglücken sollte die erfolgreichste videospielkonsole aller zeiten kam auf den markt und weil wir ja der konsolenfalke hier sind habe ich mir gedacht okay da musst du jetzt mal aus dem winterschlaf erwachen und mal was zu machen und deswegen feiern wir 20 jahre playstation 2 gut das ist die slim variante ja ich hatte sie zu weihnachten 2002 damals bekommen also erst ein bisschen später und ja ich was soll ich sagen es war eine ära die mich sehr geprägt hat obwohl ich eigentlich immer mehr nintendo 64 kind war ihr seht die konsole auch im hintergrund rumliegen trotz allem verbinde ich wahnsinnig viel mit der playstation 2 ist eine der wichtigsten spiele ehren sozusagen für für mich persönlich damit fing alles an this is football 2002 und es sollte noch viel viel schöneres folgen mit mit gta 3 mit final fantasy 10 mit gta san andreas und was da nicht alles kam ja und da habe ich mir jetzt gedacht ich binde euch mal so ein bisschen mit ein das ganze wird also so die nächsten tage wochen sag ich jetzt mal starten aber mich würde mal interessieren welche themen in richtung playstation 2 würden euch denn mal interessieren habt ihr vielleicht irgendwelche fragen soll aber vielleicht ein kleines faq video machen wo ihr mir diverse fragen wo ich diverse fragen von euch beantworte beispielsweise was ist dein lieblings playstation 2 spiel oder welche spiele findest du total kacke oder welche spiele findest du total underrated was hast du so für zubehör kannst du mal ein eitoy letztlich irgendwie sowas vielleicht habt ihr lust euch ein bisschen mit dran zu beteiligen dann sehe ich auch mal was würde euch zum thema playstation 2 interessieren und dann können wir da gerne in mehreren videos dann richtig schöne special draus machen würde mich freuen wenn ihr da ideen habt dann immer her damit immer in die kommentare und ansonsten sehen wir uns dann in den nächsten wochen und das ziehe ich wirklich durch ich verspreche ich verspreche wirklich das ziehe ich durch also es wird playstation 2 special geben und ihr dürft so ein bisschen mit einwirken sag ich mal mit themen vorschlägen oder was auch immer schreibt einfach hier rein und dann kann es demnächst losgehen mit ganz ganz tollen playstation 2 videos 20 jahre playstation 2 herzlichen glückwunsch